Ich heiße Cem, Cem Özdemir und bin der Vorsitzende von den Grünen. Unser Kompass zeigt nicht nur nach morgen, er zeigt bereits ins Übermorgen, weil wir aufhören müssen in vier Jahreszyklen zu denken in der Politik, wenn wir eine Chance haben wollen, die Zukunftsherausforderungen anzunehmen. Ich heiße Vazim Taha, besser bekannt als Massiv. Die Leute sagen, jetzt wird einer auf dem Volk kommen. Sie sagen, er wird auf dem nächsten Volk kommen. Und jetzt bin der Trumpf, wird hier alles vollkommen. Ich glaube, ich bin der, der macht den ihr Volk. Ich kenne sogar den kürzesten Rap der Welt. Ich heiße Kemal. Ich glaube, ich geh mal. Nach dem Motto, darf bei den Grünen keiner kennen die Front. Was ich schon mal gehört habe, die wollen sogar... Das ist ja die einzige Partei, die das Gras legalisieren wollte. Das hätte ich doch von meinem Freundeskreis. Jetzt kommt das Coolste. Die haben mich eingeladen. Da auf dem Dach oben ist jetzt eine Solaranlage. Das heißt, es ist die erste Solarmoschee nicht nur Deutschlands, sondern vermutlich der ganzen Welt. Also vier Millionen, das wäre ja dann... Dann würde es ja keinen Arbeitslosen mehr geben, außer meine Katzen. Postkärtchen, wa? Ja, genau. Schicke ich es mal direkt meinem Freund in den Knast vor. Also der erste Präsident in der ganzen Welt, der JC wahrscheinlich hört auf seinem iPod hat. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass es in Deutschland auch einen Bundeskanzler gibt, der irgendwie dich hört. Wenn er kommt, geht mir alle vollkommen, denn ich bin dieser eine, der Mann aus dem Volk. Mann, ein Bild, es wird einer aus dem Volk, komm.